L22 Marcel L14 L23 und es dort immer noch mehr Marcel ich f*** dich ich schaff das schon noch 21... also von 21 bis 21 bis 21 bis 22.000 aber jetzt brauche ich doch immer gleich viel ne ich will die Lootbox aufmachen ich will die Lootbox aufmachen komm beerdig 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 ja 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 ach komm Double Legendary ich hasse dich 4 dreifache Legendary Holzverkleidung Skin für äh ich hab was gelbes zu kommen für die für die Widowmaker f*** dich ich hasse dich ich bin schon Level 12 und für meine Diva und meine Dings Mercy habe ich jetzt nicht ein einziges Mal was bekommen ich hab einmal was gelbes gekriegt ne und das war für die und das war für die scheiße Macher da ist es Zeck den die ich schon die ganze Zeit haben und ist ich will da nicht mal ich bin ich und ich will es auch jetzt nicht anfangen deswegen und ich hab dich im ich hab jetzt noch und dann gehe ich oft so heute ich hab eine Kohlefaser Skin für äh Ding für Genji derzeit nicht so lange auf ich habe ich habe zu viel für die schule gemacht das ist das Problem können und das ist der Grund warum du so lange auf wenn ich heute für die schule machen muss ich morgen weniger ich bin aber jetzt mal mit Bedrohung der Kreis gespielt und schicklich so ich habe es im Level 47 hatte kein Leben okay aber wenn wir wissen dass sie so mit Tracer spielen kann der Nerven ist das sage ich dir jetzt schon Lass, lass schon mal her ich hasse die ja ok aber nicht ganz so ich finde ihn nicht ganz so geil wie für ein Ding für Reinhardt den Axt-Skin ja natürlich das topfet mich jetzt nicht den hätte ich lieber gezogen ich will die Raketen-Tossifisten ja aber das ist schon ganz sicko ich treffe eh nicht zu so durch Motorrad du schießt noch ich habe mir mittlerweile einigermaßen angehört was zu dürfen mit dem aber das ist ja angewandt hat ja das ist die erste der ja also was hat denn der für ein aim dreht sich mit Hanse um ich komme um die Eckmann wir uns den down Oh, jetzt rennt er weg. Wo ist der Ultraten-Boot zu holen? Lass ihn mit unserer Tracer lösen. Wir haben eine Eilerin. Oh Gott, ein Hammer, Junkrit und ein Healer. Und der ist auf irgendeinem Raum, ich hab Angst. Ja, ich bin halt doch alle noch durch den Einscheißhaufen da. Irgendwie schaut unser Soldier aus, als hätte der noch nie eine Knarre in der Hand gehabt. Beziehungsweise ein Controller. Das ist der Raketen. Fuck the fuck. Servo, du bist ein Scheiß-Sniper, du bist der absolute Gegentyp für die. Du kannst dir fast One-Shot wegholen. Wenn ich sie treffen würde. Ja komm, Alter. Das ist immer das Problem. Ja, eben. Bei mir ist doch schon das Problem. Servo, bei der Ära Ulti bleibt die ungefähr fünf Sekunden lang in der Luft stehen. Ja, ich frag grad auch mal eine Funkschneife. Jetzt ist er noch mal klein. Ich will sein Bogen! Ich wechsle K. Ich wechsle K. Wo hat er sein Bogen? Wo hat er denn? Wo hat er denn eine Ulti umgeschossen? So, Marcel, man kann Pfeile blocken. Ja, hab ich glaube ich das gleiche. Ja, hab ich glaube ich das gleiche. Oh Gott! Wer auf mich von der Welt runter zu beschützen! Nein! Verdammt! Oh Gott, der Söldner hat nur so null Skill, ey. So schlimm, ey. Danke, dass du dich für mich geopfert hast. Jo, keine Worte. Mache ich immer wieder gerne. Ui, der ist daneben geboostet. Ich hab zwar noch mehr als neustierlich gespielt. Ich hab zwar noch mehr als neustierlich gespielt. Ja, okay, dann nehm ich. Warte, dann nehm... Dann nehm ich jetzt mal Rudermaker. Oder nein, wir haben schon zwei Scheiße. Wenn wir uns alle beweisen, dass es besser können, als dass er gut ist. Konzentriert durch auf das... Das ist jetzt nix schweres, also das ist ca. eine Herausforderung. Es könnte sogar ich besser, oder wie? 3, 2, 1. Ey, so schlecht hab ich in den letzten Runden gespielt. Das musst du zugeben. Wie viel Sternchen hat eigentlich die, äh, Ding, Tracer? Sternchen, also... Sternchen, ja, ich bin schwul, weißt. Da hab ich mir jetzt gut aufgedacht. Da hab ich mir jetzt gut aufgedacht. Hey, komm Leute, dreht euch halt um! Hey, komm Leute, dreht euch halt um! Ja mann! Ja mann! Solcher und Junkrat gekillt! Ich brauch heilen! Ich hab' dir Sorge, das mach' ich mit zwei Fingern! So, eingenommen. Geil ist dich! Ich bin auch unterwegs. Ich nerv' dir mal ein bisschen aus den zweiten Gassen, man. Oh Gott, der hat... Ja, scheiße! Das ist ja wohl, ich hab' dir grad wirklich nen Arsch gerettet, ne? Ja, war hart. Achtung, Reinhardt kommt! Seltener und... Äh, Heiren hab' ich erledigt. Steht! Irgendwie schwirrt eine Raketentossierung. Okay. Da kommt ich nicht vor. Oh Gott, hinter mir! Hä, wo war denn die BD? Der hat aber auch das... Ich hab' mich von der Map runtergeport. Ich hab' das alles so ganz raus. Ich hab' mich einfach so nach hinten geportet, weil ich weg musste und dann war ich einfach von der Map runter. Das ist fast so peinlich, wie ich mit meinem Schwertschlag, ey. Was ist von der Ulti von der? Achtung, zählt noch, komm! Das ist von der Haftbomb, die so ziemlich alles killt, wenn du halbwegs Gute betriffst. Hält ich mich selber auch? Japp! Alter, schnell! Haftbomb, ey, die ich zünden muss oder die ich nicht zünden? Nein, die gehst dran. Sie gehst dran. Sie gehst dran. Sie gehst dran. Sie gehst immer an Angst durch Strike und verpfiff dich übernehmen den Punkt. Sorry, der hat sein Schild da. Kann nix machen. Die Gegner befinden sich am Punkt. Hau sie weg! Ich krieg' schon wieder nicht die volle Heilung! Vorsicht! Gegenverkehr! Nein, ich wollte es nicht meine Ulti punch zu haben! Ich hab' mich doch weggeported! Ich hab' mich doch gepported! Das wurde trotzdem gestillt. Ich wurde wiederbelebt. Ja, hab ich nicht. Hatte dieser Scheiß-Soldier auch wiederbelebt. Echt der sickeste Teamplayer überhaupt. Soldier von denen ist down. Achtung, die hätte sich nur wegen mir mit halbem Leben die Ulti gezündet, oder? Ich hab mich schon das zweite Mal von der Web geportet. Das ist ja wohl, es wird langsam beeinlich, ne? Ja, aber ist egal. Schon wieder verlängert. Einer hat noch kaum Leben. Ja, das wäre erst mal beeinlich, wenn wir es noch verlieren würden. Wir werden das noch verlieren. Jetzt haben wir Punkte und einen guten Maker. Also wir haben einen guten Maker irgendwie geschickt. Wo ist die Scheiß-Healerin? Oh. Ähm. So lange die Healerin ist down. Aber jetzt kann man ran pushen, das ist wurscht. Irgendwie kriegt man die schon down. Ich hab mich schon wieder von der Web geblokt, hehehehe. Nein, ich auch. Scheiße, er wurde sich richtig schafft ab, ey. Oh, bist du auch Tracer jetzt oder was? Nein. Genji. Aber mit einem Schwertschlag wollte ich eigentlich einen killen, aber der hat mich von der Web runter gehauen. Ich hab da zwar ne Haftbombe reinzupassen. Ich hab noch voll viel gebraucht. Alter, komm, wir schaffen das doch nicht, oder? Äh, wenn ich sterbe, ist die Haftbombe nicht mehr da. Wenn sie geworfen hast, nicht mehr. Alter, kommen drei Gegner, was will ich machen? Komm, Hack. Komm, überzünde halt bitte deine Ulphi. Fuck. Du musst doch teleportieren, oben durch das Fenster rein springen, aber ihr kapiert es nicht. Mann, warum kriege ich keine Ulphi, ey? Das dauert so lange. Ich hab mich schon wieder von dem Web gebrochen. Ich will einen anderen Charakter. Nur 5% der Natur, die... Ja. Das ist einer von uns, äh... Oh, komm. Ich verstand genau davor. Jetzt findet er seine Ulti. Na toll, ey. Ich hab die ganze Zeit keine Ulti gehabt. Das ist so mies, ey. Ich hab's gesehen. Ja, und jetzt kriegt er noch die Scheiße. Nein, was denn bitte? Nee. Der mein schlechteste Aim überhaupt. Nee, nee, nee. Probe gezogen. Ist das dein scheiß Ernst? Das war das jetzt für die Pflege? Also, kannst du vergessen. Ähm. Das kann sich doch sehen lassen. Ähm. Ich fühl mich leicht gemacht. Scheiße, ich bin negativ. Ähm. 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 Ähm.